Im Lerner, insofern zu erreichen, dass die Videobeschreibung eine bessere Anwendung und die Leute sind sehr froh, es ist die wichtigste Anwendung von Notis. Die Mitarbeiter haben uns das, was mir nicht passiert ist, in der Welt. Ich denke, dass man hier eine Geschichte und eine Anecdote mit dem Lernen verbunden hat. Das macht es wirklich richtig. Zu spielerischen Methoden hat man die Möglichkeit einfach auch mal wieder den Spaß am Lernen wieder neu zu entdecken und das war uns hier auch einfach wichtig, dass wir hier dem Lerner eine neue Dimension des Lernerfolgs oder der Lernerfahrung bieten können, dass man spielerisch sich mit Themen auseinandersetzt. Warum GAMELEARN? Es ist einfach, dass es für uns, das die die größte Antworten auf unsere Wunschung ist. Also, sehr schnell, die Dinge wurden konkretisiert und wir haben versucht, diesen Spiel zu setzen. Es ist eine Attraktive Erfahrung, es ist eine divertente Erfahrung und es ist eine sinnvolle Erfahrung. Man bekommt das Ziel, die sich vorabschiedet hat und es macht es in einem schönen Weg, in einem innovativen Weg. Und ich denke, das macht es ein wenig einzig. Wir hatten einen Mann, der Gamelern für den ersten Mal dieses Jahr benutzt hat und sagte, dass er das beste Training in 19 Jahren in unserer Firma hat. Es war ziemlich süß. Das Spiel, was im Hintergrund da ist, ist zwar nett und ist auch ganz toll dargestellt, aber inhaltlich ist das sehr, sehr ausgereift. Und ich glaube, das macht Gamelern eigentlich mit den Spielen zu einem hervorragenden Angebot. Die Feedback hat überwählendlich positiv. Die große Mehrheit unserer Lerners waren wirklich engagiert mit dem Programm. Sie haben wirklich appreciate die Übungen, die sie in der Form gegründet haben. Wenn sie zu spielen haben, sie sich so verabschiedet haben, dass sie dann alles zu Ende haben. Also habe ich versucht, ohne viele Probleme zu finden, vor allem mit e-Learnings, die mir nicht verabschiedeten, und die überhaupt nicht antworten, zu meinen Objektiven. Bis zum nächsten Mal zu haben, Gamelern, und ihre Vorstellung von Video-Spielen. Es war sehr positiv. Und ich könnte sagen, dass es so positiv ist, dass wir es exportiert haben. Wir haben angefangen, nach 6 Jahren in Spanien zu machen. Und dann wurde es in Hyundai Motor America, in Hyundai Motor Europa. Die Vorteile ist, dass es multilingüe, dass es in der Organisationen zu machen. Es ist klar, dass es, dass es in anderen Ländern auch funktioniert. Es ist klar, dass es in anderen Ländern auch funktioniert. Und die fundamentally funktioniert. Danke. Wer Jahre. Danke. Ich bin chemin.